Willkommen bei einem neuen Hitsender Video. Heute präsentieren wir euch den Jaguar Heftime. Also nicht den hier, sondern den hier. Also wir haben hier einen Jaguar Heftime mit einem 5 Liter V8 Motor. Und der Motor hat 680 Newtonmeter. Das Auto beschleunigt von 0 auf 100 in 4,1 Sekunden. Von 80 auf 120 beschleunigt das Auto in 2,5 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit ist 300 kmh. Die einzige Beschwerde, die wir bisher haben, ist, dass das Bluetooth nicht funktioniert hat. Das hat mich immer wieder rausgeworfen. Gut, kann sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, aber ist anscheinend nicht so intuitiv. Ansonsten ist das Auto sehr gut ausgestattet. Für einen Sportwagen auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es viele, die keine Klimaanlage haben, um Gewicht zu sparen. Hier wurde auf jeden Fall nicht gespart. Sitzheizung, verstellbare Sitze und so weiter. Ich finde die Federung ziemlich hart. Ich finde, die könnte ruhig ein bisschen sanfter sein. Muss jetzt nicht so hart sein. Aber das ist meine persönliche Meinung. Kann sein, dass die manche als angenehm empfinden. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, macht auch schöne Geräusche. Dann haben wir hier die, wie man schon sieht, die Cabriolet Version. Mit einem Softdach. Also es gibt keine andere Auswahl. Das war's gut. wie war die fahrt also ich bin also wir sind jetzt einkaufen gegangen wir haben jetzt hier unsere kräuterbutter unsere nutella und unser ketchup aber ehrlich gesagt es passt auch nicht viel mehr rein deswegen muss man sparend arbeiten mit diesem auto also leicht packen bei dem auto ja wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch hier unten ein like da und abonniert uns und natürlich auch die glocke aktivieren dann verpasst ja kein video mehr mit solchen coolen inhalten content und gerne könnt ihr auch noch mehr von diesem auto erfahren oder wenn ihr mehr von diesem auto wollt dann machen wir gerne mehr videos ich stehe mich da noch nicht hin bei der lautstärke als stuß ist der netz und laut also wie es ist so laut